Wir haben den Englisch-Dummel, den ich gesehen habe. Weisst du, der andere, der vom Strassenbewohner. Ja, 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 die Giovanni. Ja, die Giovanni Carallo. Ja, die Giovanni Carallo. Wir haben gesagt, wir sollen aufstehen. Dann sage ich, Giovanni, ich stehe noch mal auf. Ja, ja, ja. Dann sagt er, ich stehe ja schon. Dann sagt er, ja, du, ich habe mich noch gemütlich. Nein, ja, ich stehe noch. Und der Giovanni, der Vater ist, weisst du, ist eine Strasse, weil er sieht, wir sind die Lächte, sie haben gesagt, ich fühle mich super in der Schweiz. Weisst du, in der Schweiz ist ein guter, sehr ausländerer Funteliger, in der Schweiz. Und in den Mikros, die, wie sie die guten für Russlande, die machen auch eine Jingle-Gipfel. Ich habe sie thế, was mir adequate. Also 다들 singen jetzt wirklich. Ich trage mich als ein bisschen, derлар machtise Corona auch eine Jingle-Gipfel. Aosniedcaust ist derzeit auf der Anaholie-G�� in. Ich trage mich接 clinical Пaoer. Ich habe schon den Zehnten gesehen, ich habe ein neues Hobby und mache so viele Gehörchen für den Sitzkasten. Aber er hat einen String und einen Beruf. Weisst du, jetzt schmucht es einer mit der Bitti Bossi. Hätte ich noch eine Reihe, hätte ich noch 10 Meter wieder am Kabel gewinnen. Ja, dann habe ich die Kastenfilme in den Volleyball zu legen. Bist du noch nicht? Ich habe schon einen Spantkalon. Echt, 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 Präsident, ich bin in den Schwinnerklub. Nein, in den Schwinnerklub, nicht in den Schwinnerklub. Ja, ich bin der mit der Tat. Ja, ich bin der. Ja, ich bin der. Ja, ich bin der. Sie werden ja, was sie haben. Ja, ich bin der. Ja, ich habe es nicht. Dann hat der Handfuhrig und der Bambi auch nicht komisch. Dann hat der Handfuhrig noch das Rügel aufgetragen. Nach fünf Minuten hat der ganze Tisch am Harri-Krisland gerufen. Warte, hättest du noch nachgekommen? Es fehlt jetzt ganz Ménagie für dich. Dann hat er noch einen Händchen und dann hat er noch einen Händchen geblieben. Als er noch einen Mann wurde, dann hat er ein Glöimchen geblieben. Dann ist er kurz hier unten, dann hat er schon eine Freundin Hannes, der hat uns gerade angesehen. Er ist schnell gerichtet. Er hat die Tisch und er hat die Tisch und er hat die Tische auf den Tansen gerichtet. Dann hat er immer veroffen, ja? Ja, und er hat er immer wieder gedacht, dass er immer ein Zimmer in den Haus nimmt, aber es ist auch ein Schuss. Nein, der von Gart hat wieder einen 15. Rott. Nein. Ja, sie hätten mir nur fünf Leiböben bekommen, gell? Sie hotzt und sträht. Sie ist ein Franszösisch, er ist ein Franszösisch verschwunden. Aber sei Franszösisch, hast du dann voll weit umgegangen. Es ist doch so, sie hat sich ja selber einen Wischen aufgetragen. Ja, sie kostet mich von 100 Jahren. ...ehh, hey, 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 hey... ...muh, hey, 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 hey... ...he 않을 sich sagen, gell? ...hät man so eine Animationsspielung gemacht? ...ein Anime möchte ich mitmachen, gell? ...nieter-san... ...ahein da, ahein da, ahein da... ...wo ist das jetzt so...? ...ahein da, ahein da... ...sack aus Oslo! Alle haben niemand mitmachen? Naja, naja... ...ist auch nix, oder? Wir haben da nicht gewusst, was er möchte, oder? ...mit dem Satz, gell? Wenn unter 12'000 Leute das Wort Oslo sagt, dann machen die Leute das auch ganz laut mit. Wusstest du, was das geht? Etwas wieder nie gemacht hast du wieder kommst. Da haben wir gesagt, Oslo! Weisst du, das habe ich noch nie gehört. Ich habe keinen Bock mehr gehört. Ich gehe nicht in den Kuckuckuck. Und da haben wir ein Kuckuckuck aus Amerika. Ah, wir haben ein Kuckuckuck aus Amerika. Wir haben ein Kuckuck aus Amerika. In den Sackloss Oslo. Wir haben ein Kuckuck aus Amerika. Wir haben ein Kuckuck aus Amerika. Wir haben ein Kuckuck aus Amerika. Aber du hast dich nicht so viel, woher kriege ich die Kuckuckuck. Ich hablar für dich nicht so viel. Das ist halt eine Krankheit. Aber du hast dich nicht so viel umm Ich habe einen Kuckuck aus Ich habe einen Kuckuck aus neben degre Jest. G quanst mich nie gescheiden. Weisst du? Ja, ich habe einen Kuckuck aus. Ein Kuckuck. Wir sind in der Hand, aber bleiben dort zu. Ja, ja, ich habe es. Unsere Frau sollte mit dem Licht schattellos sein. Ja, hallo. Und wir haben die Verlängerung der Bahn auch nicht ausgenutzt. Hallo. Und wir haben noch vier Meter vor uns gehabt. Ja, hallo. Ja, der Freund Hannes Thun ja gesehen, er war in der Zeitung. Der Junge muss jetzt da schnell mal ansprechen. Ja, genau. Ja, er war in der Zeitung. Ja, wir haben gesehen, was passiert ist. Ja, wir sind ja Buchtrichter. So ist es wie uns an der Vecher schon oben. Ja. Wie ist es noch Bucht? Ja, aber haben wir wieder nie an den bekommen. So ein Misslauf. Ja. Entschuldigung. Ich dachte, tipptopp. So hast du den Zempel gekriegt und den Blümenschmuck. Ja, ja. Ich habe den Schnaps gerichtet, eine schöne Glocke haben wir sponsoren. Ja. Sind wir hierher gegangen? Ja, super gewesen. Ja, super gewesen. Ja. Ja. Und hierher, ich höre mich. Ja, genau. Wo sollen die Misse noch? Ja. Wo sollen die Stall liegen? Ja. Wo können wir hier färben? Ja. Und wir sind ja so, weisst du, wir sind ja... Wir sind Bauer mit Leib und Seid. Bei uns an der Vecher schon kommt die Hunde, bevor es losgeht, kommt so ein Schnaps aus der Hand. Ja. Ich würde gerne den Schnaps verteilen. Ja. Das weisst schon, die seiten der Gader oben. Sie müssen in dem Stall gehen, die Gader oben. Ja. Ja. Jetzt sind aber alle so rausgezogen. Ja. 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 Ich prosperity, nacke. Ja. Ja. Wie haben Sie ausgesagt? Nein, weil wir immer nicht da waren. Neben uns war der Scheinpräsident. Ein Organisator, ein Hauptsponsor. Er war nicht so ein Ding wie eine andere Familie, da war er auch so ein Gesichtsschluss. Das war so ein schönes Gehirn. Ein Passadefaschen! Wir waren in der Schule in der Schule. Wir waren in der Schule in der Schule. Wir waren immer in der gleichen Meinung, als wenn er mit der Punktehandein war. Wir waren in der Schule in der Schule. Drei Mal in der Schule. Wir hatten zwei drüchter geworden. Ich wollte mich nicht... Es ist ein Trauswachter Driesge PLAY. Aber we waren die Spön. Hier haben wir keine Chance? Wir waren es nicht in der Schule, dort waren es echt zehn Jahre alt. Sie haben das auch gehört, das war Sie schon. Aber Sie hatten das auch noch 2000 Jahre alt. Und das war sie keinen Scheiss. Nein, nein, nein. Aber das war Sie, Daher kam ich dann nicht drüber. ... ich hab's da einen Silikon vorgelegt. Ja, ich hab's da einen Silikon vorgelegt. Ja, ich hab's da einen Silikon vorgelegt. Ja, aber in der Pfalte hast du auch extra einspritzt. Ja, ja. Ich hab's da noch. Ich bin mal ein Kühne. Beide oder noch eins? Nächste, zwei, zwei. Du musst dich da nicht auslachen. Das ist alles. In der Pfalte sind wir dann nach dem Hochzeig. Allein ist das anders gewesen. Wir haben ja dann noch etwas umgesoffen. Weisst du, von Hannes, der Bruder, das ist ein Dorfpolizist. Da haben wir alles gar nicht besandt, das ist alles unter der Bruder. Ich hab extra am Vorlobend noch meinen Zuberoten hergelegt, damit wir sicher wieder hecken. Betonieren uns sicher? Einer hat so ihm gesagt, ich geh die Wehling heim. Weisst du, mein Nachbar? Ja, du bist mein Nachbar. Also ich bin dein Nachbar. Du bist den Kminnen auch, oder? Wir wohnen einfach am nahesten zu Hause. Ich bin in den Nachbarn. Ich bin in den Schweiz der Weg wohnen mit dem Weinbohren. Aber ich hab ja kein Wein. Ich hab ja kein Wein. Ich hab ja kein Wein. Wir sind in den Nachbar. Wir sind mit den Zuberoten hergekommen und wir gehen mit der Weg auswegekommen. Auswegekommen. Ich bin mit jedem Schachttikel auswegekommen. Am nächsten Morgen sind wir dann im Spital verwachen. Wir sind im Verband unter Grendor mit Kamer. Mit Schmerzen haben wir gehabt. Ich hab mal geläutet. Du kommst mir, wirst dir ja weh da. Wir haben mit den afghanischen Wiedmühlen bekommen. Wir haben die Spritze gemacht. Wir haben die Spritze gemacht. Das Spritze gemacht. afghanische Wiedmühlen übergelöst. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der Morphium. Das, ja. Wir haben die Spritze gemacht. Hierin. Hierin! 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 Hier hätt' ihr auch die Gratis gehabt! Hierin! 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 Da! Ich weiß nicht, zahle! Ich habe Pumper, ich habe das. Ich habe kein Mann, das ist kranker. Ich habe das. Ich habe die 7e, die sind Pumper, die sind gut. Ja, gut. Und noch ein paar Tage mit den Teufeln. Ich habe das noch nicht gesehen, wo ich das zu lassen habe, wie ich das zu tun. Ich weiß nicht, wie ich das aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie ich das aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie ich das aufzuhalten. Ich habe die Kamera in den Samarins gesessen. Ich habe das noch ein bisschen spürt. Ich habe das nicht mehr mit der Souto gekocht, und in die Richtung hergefahren. Auf den Weg, man kommt unsere Gegenvertrechtergruppe hin. Ich habe das aufgeholt. Was willst du um diese Zeit? Ich habe die Herren, 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 ich habe sie geslucht. Ja, um diese Zeit, weißt du, die Referenten hier, ich habe die Herren. Ja, das war gut, eh? Na, das war so gut, na, hey, 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 hey. Halleluja, das war so ein Problem mit der Polizei. Noch nicht, eh? Ja, gerade links, die hat mal eine für eine Pacht, was er, ich war. Weißt du, es ist niemals öfter, dass ein Auto sagt, hey, du, was kostest du das? 40 Franken, sagst du, du kannst du einsteigen. Oh, ich bin da so gut gegangen. Und die hätten uns ja nicht verziehen lassen, ja? Die hätten in 10 Minuten die Elfschluss gehabt. Und deshalb haben wir dann nachher gefahren, gell? Ja, und wenn wir daheim gesehen sind, so haben wir zu unseren Frauen ins Bett gelegen, und sie ist mal wieder richtig gehalten. Und für uns denke ich, Hauptsache, der Hund ist gesund, und geheißen spät. ... ... ... ... Applaus Ihr bleibt schon aus Amerika! Verschwinden euch! Im Sacklsoblo! Ich möchte dreimal schnippen den Lali! Ach du? Ich habe keinen Lali! Da ist kein Fohlen! Ihr seid nicht! Der ist im Zetteldecke! So, so fragst du, es war eine Fähre, der Tschecheian, das ist eben der Nachteil des Internets. Ein Single ist neben dem im Badezimmer in Zahnklasse und in Zahnbürsten. So fragst du, es war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre, der Tschecheian. So fragst du, es war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre. So fragst du, es ging in die Fähre und sagte, es war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre. So fragst du, es war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre. So fragst du, es war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre. So fragst du, es war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre, der Tschecheian, das war eine Fähre.